Hey, ihr kleinen und großen Sportler! Hier ist euer Jan. Schön, dass du heute dabei bist. Wir fangen an mit Höhenlaufen. Und dafür brauchen wir acht Obergerolle und zwei Hefte oder ein Buch und ein Heft. Denn damit werden wir die Abstände abmessen. Ich zeige euch zwei Varianten, wie ihr Höhenlaufen machen könnt. Wir fangen mit der ersten an. Wir bewegen das Hefte hin. Wir machen eins, zwei, nein. Wir machen eins. Markieren sich mit der Obergerolle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Und den lang gehen wir auf. Wir haben hier fünften Hälften unserer Distanz und wir bauen unsere Hürden auf. Dafür nehmen wir immer zwei Hürdenrollen und schlafen sie. Somit haben wir eine perfekte Hürdenlaufbahn. Und zwar, wir stoppen die Zeit. Wir müssen zehnmal hin und her laufen. Und wer die schnellste Zeit schafft, der hat gewonnen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja! Das war ganz schön schnell. Das war jetzt, wenn wir wenig Platz haben. Haben wir ein bisschen mehr Platz, dann können wir natürlich auch eine Bahn machen. Zum Beispiel eurem Flur oder im Garten. Wir haben zehn Hälfte. Dann klappen wir um. So, wir haben 15, 16, 17, 18, 19. Okay. Jetzt geht's darum, wenn die schnellste Zeit für wie oft? Hm. Sagen wir zwei Türsteiger. Wenn die schnellste Zeit für zwei Türsteiger hat. Auf die Plätze. Fertig. Los! Eins, zwei. Ja! So, das war die Disziplin Hürdenlauf. Tschüss! Von bitte! Ja!